Wir haben ein paar Mal öffnet, das ist die Mängel-Trasse, ein paar Mal hin. So geht es um die Flücher, das muss man Zeit geben, da habe ich im August bis 19 Uhr das nächste Mal geflogen gehabt, das ist alles zusammengearbeitet. Und jetzt aber mittlerweile kann man sich im Kolobalien immer alles vorstellen wie Flücher. Ich meine, man muss sich mal wieder trennen von dem Geuntes. Sind wir noch an? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.